Gut. Also ich sehe jetzt hier niemanden mehr. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 6.000. Da läuft schon wieder einer. Na gut, das soll uns aber nicht nerven. Das habe ich hier eigentlich gepuddelt. Hä? Hä? Okay, doppelsteckig. Da nehme ich auf alle Fälle noch mit. So, das kann man dann eigentlich zustöpseln. Guck mal, die Kettensäger ist. Die brauchst du jetzt nämlich nicht. Gut, dann ist man da schon mal sicher. Jetzt ist wieder eine Schreierin da. Ich gehe am Stock. Ich gehe am Stock. Junge, Junge, Junge. Was soll denn das immer nur? Moin, ich bin gerade hier und so. Wo bist du denn? Mann, du bist ja ein hübsches Mädel. Ein Schreien geht mir gar nicht auf den Sack. Ja, hast du davon. Hast du jetzt aber nicht geschrien. Den hat sehe ich keinen. Wenn, hätte man schon gespürt, ne? Leute, Doofnuss. So. So. Dann muss man hier unterdicht alles. Das habe ich mir auch nicht gemacht. Was auch. Ich muss meinen Lader warten. Toll. Das lässt es nicht machen brauchen. Laderhaftig brauchen wir doch. Ja, gut. Jetzt pack ich da die Lader hin. Oh, einfach noch der hier. Ähm. Schlappe. Entschuldigung. Na ja, eine Eisenklappe kannst du mir bauen, da bauen wir mal einen. Hm, das ist wieder blöd mit dem Plumpen da hier. Dann machen wir das anders. Und das alles nochmal weg. Au, Kaktus. Ja, so ist gut. Red Worms. Ach so, okay. Hm, hast du noch mehr weggemacht, als du solltest. Nee, noch üben, wenn es geht. Das machen wir gleich mal Favoriten und die auch Favoriten. Ach, die kann ich nur verfolgen, okay. Hm. Hm, da war die Out of here, ne? Ja. So. Aha, besser so, ja. Gut. Hm, den Rest füllt es jetzt wieder auf hier. Und das habe ich nicht doof gemacht, muss ich reparieren. Stimmen mit dem Hammer. Und was hast du denn da drin gemacht? Was ist das denn? Was soll denn das da aufstellen? Was fragt der Kunst? Oh, was? Hast du dir jetzt dabei gedacht? Nee, 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 hier ist der Erdklumpen. Das macht das Holz nicht immer noch kaputt. Hm, das trifft noch genau den Klumpen, ne? Ja. Na, dann bleibst du halt eben da. Na, jetzt hätte ich doch noch Folgen hinsetzen können, ne? Da musst du einmal buddeln. Dann. Wo sehen all die ganzen Balken hin? Hm, 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 hm. Würfelabdeckung? Nein. Nein. hat er zu groß, wir brauchen die kleinen Balkan, da muss doch ein Balkan dazu sein, muss doch die Ecken schön machen können. Klotze ich nur wieder von der falschen Richtung, hier beim Pfosten, das wäre aber ein ganz schön dicker Pfosten, ne ne, das kann nicht sein, Würfelfosten-Ecke, ja, ich hätte, der Pfosten ist richtig und der Würfel stört mich, hier ist er doch, natürlich, jetzt war's, hier die über der richtigen Ecke findest, ne, ja, so, aber dazu muss die Erde weg, auch, ist er der Vogel gedämmelt, ne 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 ne. Also das mit der Erde ist schon ganz schön. Hallo, wo passt der da hin? Nein, die Kaktus lasse ich mal stehen oder mache ich den weg? Nein, die lasse ich stehen. So, jetzt nimmst du mal dein Hämmerchen hier. Na, siehst du? Ja, siehst du, Pflastersteine können wir gleich weg herstellen lassen. So, und jetzt kannst du die Erde wieder auffüllen. Hm, Kojota. Gut, und der Rest ist halt eben so. Kann ich nicht ändern. Vielleicht gibt's nichts, doch hier gibt's was zum reparieren. Oha, fünf Prozent, wat? Nicht aufgepasst. Nee, das war schon richtig. Nee, oder? Gut. So, ich brauche jede Menge Pflastersteine. Wie viel kannst du jetzt herstellen? 200. Warum? Auch weil Leben fehlt. Wir haben ja wenig Leben gekriegt. Das kannst du wegschmeißen. Messing? Wollen wir das Messing her? Hm. So, Nitrat haben wir jetzt. 6500, ist okay. Fockeln können wir keine bauen. Hätte ich jetzt nur noch Fockeln hingestellt. Aber da brauchen wir ja Tierfeld. Das haben wir ja alles jetzt nicht mehr da. Aber ich habe da eben eine Kojota gehört. Uch. Entschuldigung. Der greift mich doch sowieso an. Da gibt's auch nochmal Nitrat. Oder? Entschuldigung, ich brauche dein Fett. Ich brauche jetzt das Messer. Nur die Machete. So. Wie sieht's denn ja aus mit Fackeln? Ah, was brauchen wir denn noch? Stofffelsen. Ich gehe am Stock. Ha. Brauchen wir doch Stofffelsen? Hm. Mein, mein, mein. Na gut. Hoffentlich wird man das wieder auf der Karte mein ich. Ja. Hm. Kann man nämlich keine Markierungen hinzaubern. Das macht er nämlich leider immer noch nicht. Nee, so macht er die Karte wieder weg. So macht er die Karte weg. Das ist Rundzoom. Das ist Wegzoom. Draufdrücken und drücken geht auch nicht. Das schiebe ich hier draufdrücken und drücken. Das verschiebe ich die Karte nur. Okay. Okay. Nö. 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 Na gut. Lieber Kaktus, wir haben dich auch stehen lassen. Nur die Frage, ob ich es dann wieder finde, wenn ich jetzt gleich wieder komme. Dann packen wir mal die Spitzhacke mit ein. Da will ich mal gucken, was ich damit abbau. Haben wir noch mal Ölschiefer? Ja, Benzin. Weil wir nur alle das Benzin betrieben haben. Elektrobohre und so haben sie ja noch nicht eingefügt, die man vielleicht mit Solarzellen wieder aufladen kann. Wäre auch interessant gewesen. So alt Survival. Survival. Ey, da hat die Schreie rein. Junge, Junge. Die Wölfe waren schlimmer gewesen, finde ich. So, Kohle können wir ja hier holen. War doch ne Kohlemine. Ja, dachte ich mir, dass du das unbedingt wegfahren musstest. Das war doch ne Kohlemine, ne? Das ist ja leider drinnen, ne? Was war denn das hier? Ach, nicht da. Hm, jetzt ist es einfach nix. Okay. Du bist nicht da. Hm. Hö. Gut. So. Oh, cool. Wir haben ja nun. So, mal kurz daheim und wieder allein. Fahrrad ist da rumgefallen, sag ich doch. Aber es hat sich schön gegen den Schrank gelehnt. Alles rein. So, die Steine hast du denn jetzt drin? Also du bist voll. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Messing. Gleich weggeschnurbst. Ein bisschen Blei. Na, Messing haben wir auch schon über 10.000. Steine sind wir jetzt bei 8.000. Und dann machen wir mal 12 Steine. Ja. So. Die holst du da raus. Wegen Platz. Und wegen Eisenhammer. Steine sind enorm wichtig. Dann nimmst du den Lehm hier raus. Und machst neu. Hier bist du falsch. Da musst du hin. Pflasterstein. Die können ruhig neben mir laufen. Das wird sicher nicht. Dann machen wir nochmal Kohle. So. Dann mach das Eisen gleich dazu. Jo. So. Du hast. 600 und Zement. Jetzt haben wir aber keinen Stein mehr. Oder was? Nee. Komm mal ein bisschen her hier. Was war's denn? Brauchen wir. So. Dann. Wie viel kannst du jetzt machen? 600 und. Na ja. So. Die nimmst du gleich mit. Du tust hier mal 1000 und oben rein. Reststoffe hier rein. Gut. Dann machen wir hier einmal diesen. So. Jetzt brauchen wir nochmal Stoff. Ne? Und nochmal ein bisschen Tierfett. Ja. Gut. Machen wir hier so 10 Stück. So. Diese Fackeln werden wir brauchen. Diese können wir bauen. 12. Ja komm. Was wir haben. Haben wir. Zack. Dann haben wir nochmal Fleisch. Und ein Döschen. Dann nochmal Sand. So. Dann geht's gleich weiter. Warte. Spitzhörger wollte ich noch mitnehmen. Jetzt nehmen wir schon mal das andere da hinten. Das ist ja eure Türen. Und weißt schon wie ich es meinen. Dann gibts mir die mal mit. Weil das will ich jetzt probieren. und dann kannst du die ganze erde hier kannst du gleich alles mitnehmen so gut haben wir haben wir haben wir benzin haben wir noch drei jahren dreierstabel und dann kannst du mir dann nebenher wenn du mit den pflastersteinen fertig bist jetzt mit den eingeschmissen arbeit noch mittler noch 25 stück so hast du auch mal zu tun es gibt auch keine mehr wieso habe ich für die keine munition mit jetzt weggeballert alles habe ich doch zeig mir da 300 an so dann machst du das alles noch mal voll und davon noch mal am wenigsten die kann man uns ja herstellen ja zum händler muss ich auch noch mal gucken ob da man eine neue schrotflinte hat weil der knoller unbedingt kaputt machen musste während des blutmondes gut jetzt gehen wir auch schon mal ein buddeln eine runde stein ist immer noch wichtig stein 6000er stolper muss ich immer durch zwei rechnen weil ich brauche auch pflastersteine die immens viel brauchen ne, 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 ne ne, 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 ne ne, 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 ne 14 Prozent, der braucht auch gleich wieder Sprit. Also müssten wir noch mal ein bisschen Ölschiefer mitnehmen. Wenn wir einmal jetzt dabei sind. Habe ich doch schon mal gebuddelt. War das hier mit dem Eisen, ne? Oh, ich doch irgendwann kachel ich da, nein, irgendwann. Hier ist noch mal Ölschiefer. So, bleib stehen, ja gut. Achso, ja, ich wollte ja mal, also mit einem so ein Teil kriege ich raus, na, jetzt muss wir noch schmack werden. Achso, ein Klasserteil. 73. 73. 73. 60. Aber geht schneller, ne? Natürlich gleich die Ausdauer drunter, ist klar. Okay. Ich muss jetzt mal Blockscheuten machen, das Ding, ne? Super. Noch mehr Eisen. Okay. Und ich muss doch selbst Hand anlegen, ne? Das war eigentlich mit der Ausdauer. So, wie viel ladern haben wir jetzt noch? Eine. Das wird nicht ganz reichen. Meiner. Aber schon ein bisschen mehr wie einen, Alter, du. Was ist denn jetzt gemacht? Ne? Hm. Mich verfolgen. Hauen. Dann machen wir auch schon mal die Fackeln. Wie lange kriegen wir jetzt hier unten noch rum? Geht er da so rum? Drehen wir um das Ding. Na ja, da war der Ausdauer drunter, Alter. Oh. 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 Oh, mal pisten. Die Fackel brauchen wir drüben, dann nicht hier. Da ist ein rumgebuddelter hier. Ah ne, er heizt sich ja selber ab, das ist am Wochenende. Wieso ist das da rot, was ist denn da los, was ist denn da los, wegen dem Sand, oder? Gut, dauert noch ein wenig, dann brichst du das mal ab, da sind wir noch mal neu, da müssen wir wieder rauskommen, wir müssen rüber ins andere Dings gedöhnt. Ist ja eigentlich ein Stein, ja. Was mache ich hier, kann ich gleichzeitig aber an zwei Seiten, oder? Das war auch nicht verkehrt. Okay. Na, ist doch, was ist ja auch nicht versorgt. Aber natürlich keinen Honig mit. Ach, hat nicht gereicht, der Honig, ne? So schaut's aus. Ist jetzt nicht nur ein Lader gebaut? Ist jetzt nur ein Lader gebaut? Hatte ich nicht gesagt, 10 oder 15? 10. Hm. Gehe ich den Weg? Ne, da hält's ja nicht mehr. Okay. Gut. Hm, ein Loch kann ja bleiben. So, äh, ja. Wo waren jetzt unsere? Hm. Gab da, ne? Wir sind auch schon mal der Straße treu geblieben, ja. Ja, und dann sind wir eigentlich mal abgebogen von der Straße. Auch in die Richtung. Na, und jetzt hier abbiegen, ne? Gut. Ah, da ist es doch. Ah, siehst du. Geht doch. Anhalten. Anhalten. Nee. Kompletzt anhalten gibt's vorher nicht. So, man kommt doch mal sowas in der Handbremse oder nicht. Ähm. Ah, wenn der Rausspringen ist ja schlecht. Da rollt er ja. Nein, 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 ähm, gibt es wohl nicht, oder was? Na, müssen wir eine Unterlegkeile bauen, oder was? Lassen wir das Ding einfach hier stehen. Na, geh doch, ne, 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 da gehe ich noch nicht runter, wenn du auf mein Gelatsch kommst. Freunde mitgebracht? Nö. So, muss ich die Ladung noch fertig bauen, obwohl ich eigentlich könnte. Oh, noch mal hoch. Wo ist denn die Vögel? Ne, die brauchen wir ja gleich wieder, dann tu erstmal den Erdmobil hier weg kurz. Kann ich jetzt hier nichts hinbauen? Und da hängt er. Ja, ich komm ja schon hoch, ihr Nervensechen. Nein, nicht runterfallen. Hm. Wenn du mich jetzt reinquetschen musst, ist echt klar. Hm, ach mein ey. Also wenn die jedes Mal auf die Lader sitzen, das ist echt. Die lassen dich nicht vorbei. Hä? Was hält denn dich ein? Mal gleich die Klappe kaputt machen, Mann. Kommt mir auf einmal eigentlich her. Hab euch doch gar nicht gesehen. Ich hab doch vorher geguckt. Ja, irgendwie müssen wir hier nochmal was gucken. Ja, wie saß denn die Vögel jetzt eigentlich? Da hinten hingedauern. Das sieht doch so aus. Wolltest du hinter die Leiter machen. Oh. Jetzt auch nicht. Das geht nicht. Ich weiß, dass das geht. Wo ist denn die Axt? Ich weiß, dass das geht hinter die Leiter. Ne, hinter die Leiter. Das musst du schon lassen hier. So, und dann müssen wir hier mal was noch weghacken hier. Ah, das nervt. So. Oder nervt dir das die Seite hier noch? Ich weiß, die Schaufel nehmen. Ja. Ja. So. Gut. Dann müssen wir eben nochmal da was wegnehmen. So, ne? Ja. Dann kannst du leider nämlich trotzdem noch hinmachen. Ja. So, dann. Wenn das ein bisschen schöner aussieht. Können wir. ja. Bundholz. Balgen. Balgen mittig. Ne. oder. Das war doch nur noch jemanden. Habt ihr keine einzelnen Dinger von denen? Es gibt noch einen Design, oder? Das wird wieder sein. Nein, was fällt. Man, dafür, dass ich eigentlich noch fahren gehen wollte, Mensch. Was machst du denn? Ach so. Und? So wollte ich es doch eigentlich haben. Junge, 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 Junge. So, immer runterschmeißen. Ah, toll. Jetzt müssen wir drüben wieder alles zumachen. Das war die falsche Seite, mein Junge. Wie? Ich hab mir das ja schon denken können, ne? Ich hab mir das ja schon gemacht. Genau. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Dass sie das noch immer noch nicht angeglichen haben. Das nimmt mich sowieso. Da kriegt man kein Hinweis, dass es wirklich jetzt nach außen geht, ne? Hm. 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 Was ist denn? Weil du immer gegen den Cocktus hier reinst, oder was? Ne? Da ist er so weit weg. Ne? So. Wieso weg? Geh ich jetzt nicht, aber ist okay. Ah, und doch stehst du hier. Gut, dann müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Ne? Lass mich trotzdem... Ne? 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 Gut, dann geht das mit den Böcken hier natürlich nicht. Oder wir müssen das jetzt so... So zumachen, ne? So, dann wird's eben... Du stützt es eben da so ab. Ne? Geht das eben jetzt halt nicht so anders. Aber du ist ja auch erstmal okay. So. Gut. Äh. Klappe zu. Na, da geht's jetzt hier unten. Die müssen wir anderen mal euch mal abstützen. So schau ich mir, da sieht Rotte oben aber ist okay. Auch gar nicht. Einige oder falsche. Na, da warst du schon fast richtig. Aber du musst da oben hin. Eins tiefer halt. Das ist einfach mittig, mittig, ne gut, mittig. Das ist mittig. Und der ist mittig. Ja, solange es noch nicht eingebracht, können wir hier nochmal ein bisschen, ne? Oh, Eisen unbedingt. Ja, ich weiß... Jetzt will ich schon, was ich den Bohrer nehmen wollte. Boah, kriege ich jetzt aber zufälligerweise nicht, äh. Ähm, äh. 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 Passt, glaube ich, nicht rein. Hat man doch schon mal probiert, oder? Ja, passt nicht rein. Von oder? Hm, wir bauen doch keine Draht eigentlich mehr. Viel schiefer Martreithaus. Dann bauen wir nicht nur noch Stein und Eisen. So gesehen. Repariert den gleich mal. Obwohl, den kann man voll ausreizen. Dann tun wir mal die Fockeln hier unten hin. Hm, sieht doch doof aus, naja. Ist ja auch schon mal Provisorium. Na, zu Null kann ich ja die Säule stehen lassen. Ich muss die ja nicht weghocken. Ich kann mir ja hier wieder eine Säule hinpastellen. Nach oben, ne? So. Und da hinten holen wir den Scheiß raus. So. Und da hinten holen wir den Scheiß raus. So. Und die Fockel. Und die Fockel. So. 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 Steinboden. Steinboden, wie sie das nennt. Das hört auf Stein. Das sieht wieder doof aus. Was? Ne, 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 ne. Hier Stein. Ah, da brauche ich zum Ende. Ah. Okay. Okay, okay. Dann machen wir das mal kurz aus Erde. Da haben wir wieder nichts. Na gut.